so zack da oben ja okay so und dann haben wir also diese seite hier auch schon ja sehr gut und dann machen wir das auf der seite oh noch acht stück ja gut die setze ich mal hin das reicht dann nicht mehr ja gut aber ziemlich viel ziemlich weit hat es gereicht ziemlich viel hatten wir machen wir eben nochmal ein paar nach ja komm hier so nochmal 40 das gelüftet jetzt auf jeden Fall bleibt noch was übrig aber vielleicht brauchen wir ja sowieso noch mehr dann davon ach nee wir brauchen ja auf der seite ja auch noch was das habe ich jetzt ganz übersehen hier ja okay gut nee was mache ich denn da das ist ja verkehrt so der wieder weg okay wir müssen ja auf der seite das ja auch noch machen das ja habe ich übersehen gut machen wir gleich hier drin ja da weiß ich jetzt eben nicht wie das ist mit dem mit der decke hier das könnte schon zu viel sein wir machen jetzt einfach mal hier weiter mit unseren 31 stück die auch wieder nicht reichen so und dann ja das sehe ich gleich ich glaube ich habe da ja weiter gezogen so und so mhm da unten oh nee aber nicht so nö das finde ich ähm das habe ich doch hier auch hingekriegt warum warum geht das jetzt hier nicht ha so geht's endermann ich will dich hier nicht haben so das hast du jetzt davon der endermann der endermann kann gerne draußen irgendwo hin aber hier drin jetzt nicht oh das war es schon wieder ja okay es waren ja nur 40 dann machen wir uns nochmal ein paar es fallen auch wieder ein paar an ob das wohl genügt hier acht stück okay wir probieren es aus da oben ja da oben will ich ja erstmal ja genau erstmal nichts machen ja dann genügen acht stück auf jeden fall erstmal hier so so und so okay ja das da oben das muss ich mir eben nochmal anschauen aber ich kann auf jeden fall jetzt brauche ich wieder die hier so auf jeden fall hier mal weiter ne was was mach ich denn da auf jeden fall mal hier durchziehen da soll nämlich alles voll werden wir sollten kammern so jetzt müssen wir da noch die Zwischenmauern machen und die Türen die kann man okay die passt schon mal nur mit der Höhe mit der Decke weiß ich das noch nicht so dann haben wir jetzt hier eins zwei da kommt die Tür hin ne da da muss ich jetzt hier wieder die Kollegen hier weg machen so die werden dann ersetzt durch diese Holzdinger hier durch die Holzklötze so und so ja und mehr mache ich da jetzt erstmal nicht weil ich ja nicht weiß ich kann Türen natürlich reinsetzen wie das da oben in der Decke aussieht ja die Türen habe ich gar nicht mehr hier machen wir doch machen wir die doch gleich hin eben mal holen die müssen hier drin sein da fünf ah fünf Türen ja das genügt nicht aber wir machen einfach dann wieder mehr die Perle hätte ich jetzt auch weglegen können naja egal so eins zwei drei dann ist hier wieder eine Tür dann haben wir noch eins übrig dann so ja dann muss das hier weg und dies und jenes so oh komm ich jetzt doch ich komm noch raus okay so so und so hm da ist gar kein Fenster drin ja okay das stimmt da ist ein Fenster hier vom Giebel hm und da ja gut da ist eben kein Fenster drin so da haben wir hier drei und dann sollte ich hier noch eins hin wo da jetzt die Tür hingeht weiß ich nicht wahrscheinlich hier in die Mitte und das da da bin ich mir jetzt auch nicht sicher wie das hier sein soll aber auf jeden Fall hier da muss ich eben doch nochmal nachschauen naja gut ähm hier das geht jetzt spiegelverkehrt da muss da die Wand hin genau ja so Türen habe ich jetzt da vor den Türen reingesetzt nö ich glaube das habe ich vergessen ja macht nix so und so ja finde ich jetzt schade dass ich das mit der Decke nicht machen kann aber na gut wenn ich es nicht weiß dann eben nicht so erst mal hier wieder ja genau richtig erwischt so und dann hier noch oben da kann man ja sowieso einfach weiterbauen hier genau hier so das wäre das hier dann kommt der nächste Raum ähm der müsste hier seine Mauer äh seine Wand kriegen ja na da so und das da drei ist das genauso ja genau der ist der ist genauso groß mhm so aber die Tür kommt ja die kommt da hin so und so ja genau lassen wir eben so ah schön haben wir ja richtig viel geschafft ach ja da muss ich auch noch hier die äh die Wand zumachen so und da oben rum auch ich weiß jetzt nur noch nicht wo die Tür hinkommt deswegen lasse ich das einfach mal offen und das da hier auch das glaube ich das sollte ja dann doch irgendwie äh kein eigenes Zimmer werden sondern irgendwie so so ein so ein Aufenthaltsraum ich meine dass das dann hier so war ah ja genau hier mal die Perle mal weg machen einfach so 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 bin ich mir mal nicht ganz sicher schaue ich nochmal nach ja dann haben wir das hier jetzt auch schon da oben ja ich glaube dann sind wir ja fertig mit dem was ich recherchiert habe ah ja die Türen genau die Türen kann ich aber noch reinsetzen hier so und in jedem Raum ein Bett da kann ich jetzt noch keine Türen hinsetzen weil ich ja noch nicht weiß wo ach so hab keine Türen mehr ja ok gut dann gehen wir mal ins Lager und holen mal Türen und Betten es waren doch nur 26 Türen na ich muss ja nicht weglaufen ich kann ja gleich hier so wieder zum Weizenfeld mit der Tür in der Hand ach so das ist ein Skelett mit mit Rüstung die leuchtet äh ja so da haben wir da hinten fehlt noch eine Tür ah das ist so ein kleiner hier ja ja irgendwo da unten so ähm machen wir mal so und so und dann hier so genau mal ein Bett hier in die Ecke Tür wieder zu lassen wir einfach so erst ein Bett eine Fackel das war ja sowieso auch gedacht von Mammut äh so dass das jeder dann selbst einräumen kann wie das so will und so werden wir das hier auch machen so da kommt das Bett dann dahin Tür wieder Tür wieder zu Privatsphäre soll gewahrt bleiben so und auch hier das Bett hin jetzt muss ich nochmal schauen ob da die Türen alle zu sind ja das sieht gut aus hier und da auch ja ok ist der ne der ist da nicht oben oder so der kleine Zombie meine ich jetzt oder vielleicht da oben in dieser ne oder da drin ne da geht es ja noch gar nicht rein äh ich meine da ist da geht es ja da geht es nicht rein aber da ist eben auch gar kein Boden ja gut was machen wir denn jetzt jetzt bin ich so ein bisschen aufgeschmissen wie man die Kammern macht äh das weiß ich noch nicht das habe ich mir noch nicht angeschaut also hier das mit den Türen das da nochmal genau und dann diese Kammern hier und die Küche ich sollte mal hier ein paar Fackeln hinsetzen so das kommt zwar wieder weg hier dann weil er dann hier die Küche hinkommt aber ich habe eine Idee was wir noch machen können und ich glaube wenn wir jetzt so weit sind da ist aber guck mal hier auf der Minikarte der ist oben irgendwie ne ne falsche Taste so der krauchte irgendwo rum da hinten ist der Alter der ist in der Kammer da drin nö doch nicht dann ist er auf dem Dach oder ich übersehen ne ne der ist auf dem Dach ja gut aber aufs Dach will ich jetzt nicht nö dann lassen wir das so achso ja genau ich wollte nochmal ins Bett gehen und dann ja machen wir einfach mal ähm schnell mal anzeichnen draußen wo dir der Kellerschacht ist und dann so würde ich sagen könnten wir tatsächlich mal eine Folge früher Schluss machen weil ich jetzt so ich also ich will gerne weiter am Bauernhaus weiter machen und ich weiß jetzt aber nicht wo genau und wie und was da muss ich mir erst wieder nachschauen und recherchieren ich dachte mir ich könnte jetzt ähm äh eine ganze Aufnahme also vier Folgen voll kriegen aber nö ich war eben schneller so jetzt nochmal was wollte ich machen äh ich hab's wieder vergessen achso ja genau ich wollte Bruchstein holen und so ne Klappe machen ne das war dann war's hier genau hier ein bisschen Bruchstein und ne Klappe aus Holz gut müssen wir dann unten machen so Bruchstein haben wir hier ne Bodenklappe aus Holz wie war das na das war eine Werkbank ja genau so nö hier eine genügt jetzt bin ich gespannt ob wir den kleinen Zombie hier irgendwo sehen lasst mich doch raus Mensch ihr ach diese Zockplatten wo sind die denn ah hier das Skelett ja daneben stand das jetzt die ganze die ganze Zeit hier das stand doch schon seit oder da stand doch letzte oder vorletzte Nacht doch auch eins da ja wenn's da nicht weg geht ist ja geschützt hier weil direkt drüber was ist also da scheint die Sonne da nicht hin äh dann geht das naja egal so also hier hinterm Haus genau hier hin das war das war das was mich stutzig gemacht hat dass das ja doch nur drei sind so und dann kommt hier die Klappe hin da ist natürlich noch nichts aber das machen wir noch aber wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal wo das genau hin soll so ja dann mach ich jetzt tatsächlich Schluss ich kann nochmal ein paar Sachen wegräumen und werde wieder weiter recherchieren wo ist denn dieser Zombie die Betten können weg die Türen erstmal die Klappe ja ich mach einfach mal alles weg hier so und vor allem auch diese Perle da so schaufeln kann da hin oder ne packen wir oben hin sollen wir doch mal aufs Dach gehen der muss ja irgendwo sein aber der kann doch hier ne der kann hier nicht sein der muss auf dem Dach sein hier drin der steht ja genau auf dieser Mauer dann ne ne der muss der muss draußen also auf dem Dach sein was ja auch draußen ist so will ich jetzt wissen ach da guck mal da ist er ja ok so damit haben wir den auch weg also gut jetzt wieder rein oh ja die Kiste würde ich ja weg machen genau oh ja richtig so dann machen wir die noch weg also jetzt ist die ja weg und räumen die Sachen auf ähm erstmal hier da kann ich das da noch mit rein machen und das da und den Salzpack einfach mal da hin so das hier weg das da das da so ja ok liebe Leute ich gehe nach unten zum Fenster und dann verabschiede ich mich von euch wieder in die Recherche na so am Fenster ha schön viel geschafft wieder heute das was man eben so machen kann ja ja gut mehr bleibt jetzt tatsächlich nichts zu tun es ist am sinnvollsten jetzt aufzuhören ok liebe Leute mit dem Blick aus dem Fenster wo man nicht so richtig viel sieht außer da hinten eine schöne Landschaft ja damit also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschüss